DALTON! Schätzchen, wo bist du? Bleib hier, Foster. Bleib bei deiner Schwester. Dorten? Dorten! Schätzchen! Was? Ich bin da. Ich bin da. Hey! Was ist passiert? Bist du gefallen? Von der Leiter gefallen? Bist du runtergefallen, Schätzchen? Ja, von der Leiter gefallen. Wo schlägst du denn auf die Leiter? Entschuldigung, tut mir leid. Geht's dir gut? Was ist? Was tut dir weh? Mein Bein. Okay. Kannst du's bewegen? Das Bein, kannst du's bewegen? Ja. Okay. Oh Mann. Was ist mit deinem Kopf? Du hast eine Wunde. Hab ich mir angeschlagen. Okay. Also ehrlich, Schatz, das geht nicht. Du kannst hier nicht mehr raufgehen. Der Dachboden wird nicht mehr betreten. Das ist zu gefährlich für dich, okay?